Wer seid denn hier? Also wir sind vom Motorradhaus Prinz, sind zum ersten Mal am Glemseck hier. Und das Schöne eigentlich daran ist, dass man unter sich ist mit den Motorradfahrern, gute Gespräche führen, Insider-Gespräche, wie man es halt kennt. Genau. Aus welcher Stadt seid ihr? Wir kommen aus dem Raum Aalen. Aalen? Der Ort nennt sich Hüttlingen, kennt wahrscheinlich die wenigsten, aber gehört zu Aalen. Gibt es da schöne Kurve? Sehr schön. Kochertal ist eigentlich der bekannteste Stadt. Ah, jetzt kommt Kochertal, okay. Und da kommen halt viele zum Gasen hin. Was seid ihr für ein Motorradhaus? Ich sehe hier gerade, da ist ein Schriftzug, Kawasaki. Nein, Kawasaki sind wir nicht. Das wäre Fehl am Platz bei uns. Wir sind Suzuki und BMW Vertragszentren. Okay. Wir haben uns spezialisiert auf Sonderfahrzeugen, Umbau, Suzuki speziell. Also auch wenn einer zum Beispiel seinen GSX-R1000 nochmal ein bisschen andere Rasten haben will oder Federbar, einen Ausbruch, Tuning auch, Prototuning? Ah, okay. Das kann ja nicht jeder. Nein, wenig. Weil vor allem an den neuen Maschinen brauchst du ja nicht was in Traubenzieher. Finde ich aufwendig. Die Elektronik macht natürlich auch viel. Manchmal strich durch die Rechnung. Was braucht man da heutzutage für eine Ausbildung, um so einen Beruf zu erlernen? Also man sollte schon, sagen wir mal, Zweiradmechaniker wäre schon erforderlich. Automechaniker tun sich manchmal relativ schwer, weil sie nicht an die Fahrzeuge herangreifen wollen. Und dann natürlich vielleicht jung, noch motorsportbegeistert. Genau. Das sind die richtigen Jungs für solchen Job. Und die tun dann in den Spezialausbildungen, denn vom jeweiligen Typ, da haben wir dann die Elektrosachen noch. Ganz genau das so ist es. Dann in den jeweiligen einzelnen Betriebe. Und in der Schule werden sie schon eigentlich zu tief reingegangen. Aber wie gesagt, dann eigentlich direkt im Betrieb. Jeder Betrieb spezialisiert sich auch irgendwo anders. Und diese dann halt die richtige Kenntnis nochmal beziehen. Okay. Und seid ihr manchmal auch auf der Rennstrecke zu sehen oder befinden? Wir sind oft auf der Rennstrecke. Okay. Wir gehen so zwei bis drei oder viermal im Jahr auf der Rennstrecke, auch mit Kunden zusammen. Wir nehmen auch Motorräder mit, wo sie dann auch fahren können von uns, gemachte Motorräder. Das ist ja cool. Sind die dann auch versichert, wenn ich da mitfahre? Und dann habe ich nur eine Selbstkostenbeteiligung? Genau. Wie beim Kastenschreiben. Das hört sich aber schon mal gut an. Selbstkostenbeteiligung und dann passt es. Cool. Soll ich noch einmal nach eurem Namen fragen? Also ich bin der Peter. Ja. Ich bin unser Werkstattmeister der Monco. Okay. Jetzt mache ich noch einen Schwenker vor euren Stand. Vielen Dank fürs Interview. Ja, danke. Danke auch. Ciao. Dichtig steht die Motorräder. Danke. Die Motorräder. Vielen Dank.